Hallo, my sleeping world. Schön, dass du heute wieder bei mir bist. Heute möchte ich mal wieder eine Kindheitserinnerung mitteilen. Und zwar ist das die Erinnerung daran, dass mein Opa oftmals in der Küche saß, und ganz in Ruhe Zeitung gelesen hat. Und ich weiß noch, dass ich ganz oft einfach daneben saß, auch ganz ruhig, und ihm einfach nur beim Zeitungslesen zu sehen habe. Und ich mich total geborgen und sicher entschleunigt und entspannt gefühlt habe. Und ich hoffe sehr, dass ich dieses Gefühl dir auch mit diesem Video geben kann. Deshalb mach es dir gerne ganz gemütlich, warm, kuschelig, entspannt, und fühle dich geborgen bei mir und genieße einfach nur die Sounds und lausche meine Stimme. Für dieses Video habe ich mir die Zeit geholt. Und das ist eine Wochenzeitung für Politik, Wirtschaft, Wissen und Kultur. Mit dem Titelthema der Klimabetrug, wie sich Konzerne mit dubiosen Zertifikatengründen rechnen und mit gutem Gewissen weiter die Umweltschaden und mit weitem Gewissen. Wer Gewissen schaumt, schäme dich das überwundentliche Gewind der Schaden langst wieder machen. Ist das gut? Zuhause in Röntlingen Wolfgang Paul wird hier einmal zwei nach ganz schnell vorgekommen. Kennt ihr denn mal, warum Teenager auf einmal wieder Raucher werden oder auf einmal mehr Rauchen? Hier haben wir das Poito Hier ist der Bereich Wirtschaft Titelthema der Klimabedruck Gründer und weltweit sitzen Unternehmen zum erreichen ihrer Klimaziele auf Kompensation Dabei haben sie sich offenbar über Jahre mit Zertifikaten freigekauft die vielfältig weniger CO2 einsparen als versprochen die Geschichte eines globalen Skandals das sind CO2 Zertifikate Unternehmen können dafür bezahlen das Klimaschutzprojekt der Emission einsparen Für jede Vermietung der Tonne CO2 halten die Firmen an Zertifikaten Sie kriegen Zertifikate kaufen und können sie behaupten dem Klima nicht zu schaden die meisten Zertifikate werden und darauf sie den Klima nicht zu schaden der Oberliefertigung wäre abgegeben als nächstes haben wir den Bakaipiss die In demografisch heilige Berge, Wau-Satelliten aufeinander der schwedischen Bergregion bei Kyogna. Größeres Bild und das seltene Erdmetall-Neodym. Das ist wahrscheinlich das seltene Erdmetall. Das große Grab Europa hat den Aufbohrenszeitalter der seltenen Erden verpasst und China überlassen. Der Bergbaukall wird schmutzige Last der Vergangenheit. Ein Wund in Schweden weckt jetzt neue Fantasien. Seltene Erden sind wichtig für den Bau von Akkus und Wildkrautentlagen. Eine geopolitische Waffe, das zeigt sich in China im Streit mit Japan. Wie passt die Szenar Kunzen 2010 vorübergehend den Export von seltenen Erden einstellte. Japan hat die Abhängigkeit von China seither reduziert. Zum Beispiel von den Becker ist das gewinnen und Verpasst in der Welt der Welt bekommt. Das ist ein sehr guter Erden, was ich bei der Welt zu tun kann. Das ist nicht die Erden. Je muss ich im Becker erfüren, wie gesagt. Wie kann ich schon mit dieser Gelderen sehen? Ich hab als diese Ölge hinzuzufeiert. Für mich eherө, wenn ich gerade zu sehen. Hier haben wir das Wohlfühl für Ihr Tom-Stamm. Wann bekommt Afrika die von den Europäern geraubten Skelette seiner Haaren zurück? Die Körper der Verstorbenen sind für die Kunde des Kondos, von denen es sichtbar ist. Bloß die Nerven verlieren ein letzter Gruß an die Maskenpflicht im Fernverkehr, und das habe ich mitbekommen. Ich habe eine andere Brille. Und der Keller gab einen anderen Klassiker zuhörig, der bei den Gliede verprinzipiert wird. Obviously hier ist ein kleines Wohlfühl. so you can use one of your nails kind of whippens my back at all so you can get it a bit of a torchlight Das ist also wieder gut. Hügel wird Karl Sarri kennet, dass neue Hügel und wenn die glücklichsten Menschen sind und was man von ihnen lernen kann. Ein Bericht der UN hat den 165 sexuellen Ziele in der Unterricht, was er eben nicht ins Wettmacht des überraschenden Ereignisses, die glücklichsten Menschen der Welt, die sie mit mir leiden zu haben. Wie das Zeige, obwohl der Winterdruck und auch wieder kalt ist, hilft da vielleicht die Saume, weil sie zu viele Schlimms angehört, besitzen die rund 5,5 Millionen Finnen. Sagen heute 3 Millionen Saunen. Oder liegt es am Kaffee? Negenwo drehen die Menschen mehr Kaffee als in Finnland, dessen positive Wirkung auf die Stimmung bewiesen ist. Darauf erst einmal ein Schluck Kaffee. Auf jeden Fall spielt die Landschaft eine Rolle des Landes, der Wälder und sie bietet eine Naturkulisse. die beim Baden und Wandern, beim Angeln, Bild, Sammeln oder Bären und Glücklichen Stress vertreibt. Und eine Entschädigung für den Winter sind die Weißnächte, die zu Sonnenwende fast Tage hell werden, typisch für viele. Sie ist die Grundvertrauen sogar in den Staat, der für seine soziale Sicherheit, kostenlose Bildung und ein Gesundheitswissen sorgt. Ohnehin soll man für seine ganz besondere Eigenschaft besitzen. Sie ist gut, bedeutet Paradigkeit, Sturheit, Geduld und niemals aufgeben. Wichtig ist ihnen auch die gute Nachbarschaft, denn mit den Schweden verbindet sie eine seltsame Liebe. Man freut sich über jeden Siege bei Soki und die lustigsten Finischnitz-Sasli von Schweden. Also auch Humor für die finnachaltige Glückskönle. Das beweisen für ihn eindrucksvoll, dass wir als Sari kennengelernt. Die Übersetzung beschreibt die typische finnische Version von Hübschen. Wenn man abends allein im Unterwischer auf dem Sofa liegt und sich eindringlich genehmigt. Das ist ein sehr schönes Bild. Ein Lebensgefühl, das glücklich macht. Wie es ist. Sich selbst und man das hat man am Rückbisschen um. Und sich eine Verschnaubpause, wo man manchmal recht streitig sein darf klicken können. Das ist die Philosophie von Hüge. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Norwesischen, hat aber seit Ende des 18. Jahrhunderts wie Dänischen mit großer Bedeutung gefunden. Hügel beschreibt das Gefühl von Geborgenheit, Zufriedenheit und Entspannung. Perfekt also für die Winterzeit. Aber die Dänchen fühlen sich nicht nur hinterhügelig, sondern das ganze Jahrhügel. In den wärmeren Jahreszeiten sind zum Beispiel Picknicks im Park oder am Strand mit der Familie und Freunden besonders beliebt. Dieses Lebensgefühl trägt immens sogar gemein zufrieden ein Bein und wird daher auch bei Nichte Tännen immer beliebter. Es gibt einige Möglichkeiten, wie sie ihr Leben mit dem Kaufpappen können. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schönen Warmbad, Kerzen und ihrer Lieblingsmusik. Es geht darum, sich vom Alltagsstress zu erholen und wieder mit sich selbst in Einklang zu kommen. Tun Sie also jeden Tag nach der Arbeit genau das, was Sie entspannt und Ihnen ein behagliches Gefühl gibt, dass wir die Gesichtskontakt ganz von allein. Bei mir wäre es auf jeden Fall mit Altenher verbunden. Rollentausch auf Tiktok. Es gibt einen Moment bei Tiktok. Töchter können Kleider ihrer Mutter mit ihren Lieblingslamotten... Kleider ihrer Mutter mit ihren Lieblingslamotten... ...und vielleicht mit dem Motto... Turning my mom into me... ...meine Tochter und ich haben das ausprobiert. Im richtigen Leben würde ich vielleicht Schal... ...oder Sieg, das ist mir auch egal... ...bauch von brennfünftig finde ich... ...um doch auch die Sprache der Jugend so böse... ...wie wack. Amere... Amere leckisch. In meiner Familie, die aus Salzburg stammt, wird seit Generationen gern und gut gegessen. Auch für kleine Leckereien zwischendurch, egal ob süß oder salzig. Das sind die meisten von uns zu haben... ...wer es nicht nach dem Laschen... ...aber direkt wieder auf die Suche nach anderen Teilen abmacht. Wer überall und immer schlecken will... ...den nennt man bei uns Amere leckisch. ...zidelt... ... rein... ...zidelt... Fußball und Banane Spannende Früher war man Party, schön halte Stummfilm, filmt seit Damien Chazelles Film Babylon, trauert dem Hollywood von gestern nach. Genau, die Griechen lassen. Kein Mensch hat so viel mit sechs Gitarrenzeit gemacht auf Jeff Peck, vor Tätten gespielt, vor Tätten gespielt. Ja, die Griechen lassen. Es ist ein bisschen, ich bin hier am Anfang. Griechen. So, das ist ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen. Ich glaube, das steht hier, die Garnisch, die Garnisch, die Garnisch. Ich bin genau, ich habe es gut gedacht, ich habe es gut gedacht Ich habe es einen neuen Norel-Train Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat und ich dir ein bisschen das ökkelige Gefühl geben konnte. Ich wünsche dir für jeden Tag oder für später eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank.